Puh! Alter, was?! Hahaha! Yo! Wahrscheinlich, oder? Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Motorblock! Heute ist der Tag der Tage, Abo-Treffen in Bielefeld findet statt, es regnet, aber irgendwie, es regnet zwar, aber ich merke, die Nässe geht nicht durch, ist so ein leichter Niesel, angenehm kühlen mit Pulli, also eigentlich ganz angenehm die Temperatur. Wir halten jetzt bei der Aral-Tankstelle ja an, weil wir da auf den Lutscher warten, Lutscher mit der Truppe aus Hannover, die kommen da zur Tankstelle hin, treffen uns da mit denen und fahren da mit denen gemeinsam zu dem Abo-Treffen-Standpunkt am Gleisdreieck in Bielefeld. Juhu, 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 juhu! So, hier, die Tankstelle, hier muss ich rechts rein, äh, rechts drauf meine ich, nicht rein. So, hier mach ich's aus, hier stell ich mich hin unter das Dach und warte. Tut mir leid, wenn Regentropfen auf der Linse sind, ich glaube irgendwie das nicht zu vermeiden. Wieso stellen die sich alle dahin, wo sie nass werden? Warum stellt ihr euch dahin, wo ihr nass werdet? Keine Ahnung. Ich bin extra so weit da an der Seite vorgefahren, Nadine schreie nicht, Nadine schreie nicht. Was? Schreie nicht. Hä? Wo ist sie? Sie kommt, sie ist, guck hier, in drei, in zwei, okay, vielleicht doch nicht in drei. Ich geh gar nicht mehr rein, sie ist auf jeden Fall. Nadine ist am Jammern. Da. So, wir sind ein paar Leute, alle sind angekommen, es geht jetzt von der Tankstelle los. Ach so Leute, ich hab mein D-Wickel ausgebaut, weil laut ist Lifestyle. Mein GoPro hat, glaube ich, gerade gepiept. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Es regnet immer noch, es soll gleich irgendwann aufhören, laut Wettervorhersage. Also es soll nicht mehr so lange regnen. Wo ist alles? Ist der nicht mit? Der ist nicht da. Warte, wir halten an. Guck mal nach vor. Was? Guck mal nach vor. Wo ist der? Ich bin da zu kalt, ich bin nicht da. Ey, wo ist der denn? Wo ist Alex? Wo ist Alex? Ist der für? Ja. Der stand doch an der Tankstelle. Oh nein, weiß der den Weg? Er hat Navi an eigentlich. Wir haben den lieben Lutscher verloren. Hier seht ihr, ich versuche ihn anzurufen, der geht nicht ran. Guten Tag. Sie sind so. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox. Von bla bla bla. Wo bleibt der? Lauf schneller mein Junge! Ja! 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 So, also haben wir den Lutscher verloren. Wir fahren jetzt trotzdem Richtung Abo-Treffensstandpunkt. Vor allem einfach mal denken, dass er da hinkommen wird. Weil das Navi ihn wahrscheinlich dann über Autobahn schickt da hin. Ja, so machen wir das. Da vorne sind glaube ich schon die ersten, die dazu gehören. Mit dem UB-Pulli da. Der, glaube ich, ist das UB? Ich schätze mal. Hier ist das. Wir müssen die nächste drehen. Hier ist das. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Sag ich doch, er ist eher da. Ja, ja. Weiter, weiter. Ich getrete! Ja, meinst! Ich hab einer Unterfahrt aus. Ich habe einmal was alle weg. Ich dachte, ihr kommt mit beim Tanken. Ihr seid über die Autobahn gefahren. Was? Ihr seid über die Autobahn oder? Wo seid ihr lang? Warte, ich habe eine Ahnung. Ich glaube, da war irgendwo der Felste. Da seid ihr gerade hoch. Und dann bin ich gerade da hoch. Okay. Egal, wir haben uns ja wiedergefunden. Das ist doch gut. So, wir sind jeden Moment da. Hier geht's links, äh, rechts rein. Hier müssen wir rein, ne? Hier müssen wir noch rausgekommen, äh. Hier müssen wir noch rausgekommen. Da rein! Da rein! Alter, was? Yo, wahrscheinlich, oder? Wie viele! Wieso sind das zu viele? Alter! Wie geht das? Das geht doch gar nicht klar! Junge, das ist nicht mehr so viel zu viel! Nadine findet keinen Parkplatz! Warte mal! Losfahren! Alter! Junge! Das ist krank, oder? Junge, ich dachte, da kommt niemand zu. Junge, ich dachte jetzt bei dem Scheißwetter, da kommt doch niemand! Bist du mir vorhin irgendwann entgegengekommen einmal? Hat's geregnet? Ja! Moin! 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 Die Osnabrücker auch alle hier, ne? Muss sein! Moin! 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 Wie geht's? Na sicher! Moin! Hi! Moin! Moin! Was sagst du denn hier? Ja, das ging nicht anders! Wackelt nicht, ne? Das wackelt nicht! Moin! 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 Was sagst du denn hier? Ich dachte mir so, ich komm vorbei! Lange Anreise, ne? Moin! 60 Kilometer! Nicht zu schnell fahren, mein Junge! Moin! 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 Wo ist dein schöner Roller hin? Echt? 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 Top! Moin! Moin! Alter, so viele Yamahas! Moin! Moin! Ja! Muss sein, ne? Moin! 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 Jetzt mal warst du auch da! Ja! Hier! Mein Kollege! Wie lange bleiben die? Mein Kollege mit der 56, ja! Mit der Gaten hat den ganzen Sticklust! Ja! Da kommt auch noch was, aber Schatz! 15 Uhr! Ich glaube 15 Uhr bis... Wir bleiben hier bestimmt... Das zieht sich hier, glaube ich, schon ein bisschen! Ich glaube... Ich glaube schon! Ach, dich hatte ich doch schon! Mann! Moin! Hi! Hi! Moin! Lange nicht gesehen, ne? Moin! Moin! Und du warst sogar letztes Mal auch da, ne? Ja! So sieht man sich wieder! Moin! Warte mal! Warst du letztes Mal... Enger Straße! Ah! Ja! Ja! Jetzt, jetzt, jetzt! Ich sag nur das Band, ne? Mhm! Das sieht schon richtig abgeranzt aus! Moin! Ach! Ihr habt auch hingeschafft! Ich hatte... Ich hatte letztens den Werther gesehen! Ja! Wir wohnen ja fast miteinander! Hi! Ich bin durch Werther gefahren! Dann hab ich so gesehen... Mit dem... Der Helm ist so auffällig, sag ich mal so! Und dann hab ich gesagt... Ah! Ja! Ja! Der ist noch der 80er! Das ist uns älter! Kleinen Umweg gemacht! Moin! 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 Alter, wie viele wir sind! Ah! Hi! Boah! Schöne Fahrten, ne? Schon geregnet! Hä! Überhaupt nicht! Bist du? Hier ein bisschen? Ich bin komplett trocken! Oh, mein Gott. sind ein paar leute hier in biededorf ich stelle mich gerade mal hier vorne ein bisschen weiter hin ok wir haben soweit die leute zusammengetrudelt aber wir haben uns auf absolut das beste wetter ausgesucht um hier mit so vielen motorrädern zu fahren online die fahren auf allen spuren ich habe gar nicht ich habe verpennt zu sagen wie wir alle erfahren wollen weil dieser regen jetzt gerade wo es losgeht fängt an zu regnen ich muss die ganze zeit die linse sauber machen weil die ganze zeit glaube ich voll regnet tut mir so leid wegen dem regen leute tut mir so leid aber es sind trotzdem so viele gekommen ich glaube sogar das hält mit köln mit und köln war die komplette eskalation gewitter mein motorrad hat jetzt macht gewitter der gewitter modus ich weiß gar nicht ich habe jetzt gar nicht durchgezählt wir sind glaube ich sorry wegen der linse wir sind glaube ich so 40 motorräder bestimmt mindestens es ist so eklig dann am regner ich fasse es nicht dass trotzdem so viele leute gekommen sind es regnet wie sonst was und es ist voll aus voll die hyper eskalation also was wir jetzt vorhaben wir fahren mit gesammelter mannschaft nach mcdonald's mcdrive machen wir doch lieber nicht wir parken alles zu oder essen erst mal was ich habe nämlich von den meisten leuten gehört dass sie richtig hunger haben und hunger ist natürlich geht gar nicht mehr da müssen wir was gegen tun und ich arbeite nicht mit mcdonald's zusammen auch wenn manche von euch das vielleicht denken ich esse einfach nur gerne wir sind schon ein paar leute hier ja ja auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall ja so wir blockieren jetzt alle gemeinsam alle parkplätze die es hier gibt so ist der plan das ziehen wir auch so durch das ist natürlich nicht drin die ist laut wie sonst was ne wann das ist so geil alles ist alles ist zugeparkt was fehlt dir denn was brauchst du eine pumpenzange habe ich zur not auch noch und neuner schlüssel achter schlüssel kannst machen dann fahren wir gleich so weiter dann fahren wir gleich so weiter Junge wir sind so viele wir gehen jetzt zu meckes rein da sind noch zwei leute wir sind hier ich zeige euch mal einen groben überblick wie viele wir sind wir sind ein paar leute ich habe keine ahnung ich habe nicht gezählt aber ja wir gehen jetzt zu meckes rein sehen wir uns gleich wir gehen wir sind